Wie bist du? Du musst nur sagen, dass du gut bist, wenn du nicht wirklich gut bist, aber du kannst es einfach nicht, weil sie nie verstehen würden. Dass man so ähnlich wie mit Piggies auch noch sein Auto selbst zusammenstellen kann. Das ist das Grundauto. Das hat man halt auch mal verkauft. Wenn man sich nichts kauft, hat man dieses Auto halt hier. Nur habe ich ein bisschen mehr Geld und bin halt im Rekord. Und das ist halt genauso wie am Anfang halt. Man muss halt hier verschiedene Planeten auch, die auf der Erde halt ganz normal, Geld sammeln und halt einen Rekord aufstellen. Das ist halt auch ganz klar fertig kriegen, wenn man es fertig ist. Da sieht man halt irgendwas tolles. Keine Ahnung, was man bekommt. Wenn die Schafe jetzt schlecht bin. Ähm, ja, hier Kontrollpunkt. Ich denke aber, dass das Auto schlecht dazu ist. Ich denke mal, dass das Auto schlecht dazu ist, wenn das irgendwie zu schaffen. Deswegen kann man jetzt hier auf 14 klicken und dann ein neues Auto sozusagen zusammenbauen aus den Parteien, die ich hier unten habe. Und dann sieht es schon leicht anders aus. Ich hab so was schöner in der Batterie da dran. So, dann kann ich dann jetzt beide fallen da oben unten in der Mitte. Also wenn beide fallen, dann kann man jetzt hier, wo die Mitte ist, sozusagen vom Gewicht her. Ich hab jetzt drei normale Batterien hier, wie man sehen kann. Hier die normalen Batterien hier. Und noch eine etwas teurere Batterie. Dann noch einen, wenn ich mich drehe. Dann noch ein Rad. Also ein Grip-Rad links und einen rechts mit Speed. Dann noch so ein komisches Giro-Teil. Und ein Boost daneben. Und das Cockpit ist dann ganz normal. Ja, man kann schon sehen, es fährt sich ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es jetzt so war, was ich hatte vorher. Es gut war, aber ist ja auch egal. Ich hab bis jetzt hier noch keinen Zeitpunkt, was richtig gut war. Aber naja. Dann kann man das zusammenbauen hier. Dann kann man hier wieder lang fahren. Dann kann ich jetzt aber auch noch hier boosten. Wenn man links sehen kann, dann kann ich hier durch einen Booster. Kann ich jetzt machen. Das braucht ein bisschen mehr. Batterie. Aber naja. Kann man mit leben. Deswegen darf man die ganze Zeit durchboosten. Ähm. 15,30 auf einmal. Zum Beispiel bei den Teilen. Man muss halt halt irgendwie schaffen, dass man halt überlebt. Ohne dass man stirbt. Für sonstiges. Oder die Aufnahme. Okay. Scheint doch irgendwie so aus dem Schlafen. Naja. Ähm. Ja. Auf jeden Fall, warum ich jetzt hier das Spiel. Nicht. Aber gut. Ja. Und morgen ist nachsitzen. Also ganz klasse muss nachsitzen. Von daher. Nimm ich das direkt am Motor drauf. Und dann guck ich mal ob ich das schaffe. Wahrscheinlich schaff ich es trotzdem. Und das ist komplett egal die Information gerade. Aber. Naja. Ah. Ich weiß nicht was fehlt. Scheiße. Wow. Ich bin tot. Okay. Das hat jetzt auf jeden Fall jetzt gebracht. Aber ich glaube ich hab da auch irgendwie einen Rad dran gehabt. Boah. Ich weiß nicht mehr genau. Aber. Naja. Wir sind noch 5 Reader Jubel. Das kann man ja da innen dran klatschen. Wau. Ich hab nichts vergessen wie das voraus sah. Aber ist auch egal. Da kann man ja. Ist ja das Spiel. Also da ist mal so. Scheiße. Ist mal irgendwie weiterentwickelt und so. Also naja. Passt schon irgendwie. Uh. Okay. Okay. So. Wir haben ja 15 eine Box finden. Hier ist sehr toll. Hier runterfahren. Und. Das ist ja so der classic Spielmodus. Sag ich mal. Ganz classic. Ja. Vielleicht wohl schlicht und einfach gehalten. Nur noch. Sag ich mal. Oh. Da kommen wir zum letzten Mal. Nein. Man bericht es aber nur ab. Das ist nicht so viel ab. Kann man weiterfahren mit. Nur ein bisschen weniger. Das ist doch nicht so dramatisch. Also. Das ist immer gerade wo das passiert. Ich weiß nicht was das ist. Aber irgendwie. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Am PC ist ja gerade nur. Ich nehme den PC am Handy auf. Naja. Jetzt kann man zurückgehen. Hier leider ist kurz wieder. Seitdem. Dann hat man hier noch einen Planeten. Hier hat man jetzt mehr Kohle Venus. Dann muss man sie kaufen. Hier wie man sehen kann. Ähm. Ja. Es wäre auch immer schwerer. Also. Naja. Es war schon gut. Also. Ich kann auf Venus gehen. Da kommt jetzt mal über schwerer. Dann muss das Auto mal oben bauen. Vielleicht führt. Da wäre vielleicht ganz schlau. Weil du musst hier hinten. Zeilen. Wir fahren mal los hier. Und. Da sind jetzt Münzen. Und. So. 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 . So. . So. 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 So.